Was geht Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ja, ist schon mal besser so, der Anfang. Ich freue mich schon wieder auf den Sommer, Alter. Beim Sommer ist es immer geil, es ist schön warm und man kann nackt rausgehen. Du siehst so anders aus mit deinem blonden Marschhaar. Okay, fängt schon gut an. Oh, oh, so kannst du auch nichts mehr sagen. Erst Ascha, jetzt Sackhaar. Besser als... Genau sowas fragt man immer. Na gut, wer drauf steht. Sag, 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 sag... Sag, 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 sag ich auch immer gern. Ich glaube, der ist ein bisschen kaputt, Mann. Egal Ja Geil Du Hattest mich nach dem Hallola Hallola, genau Egal wo du warst Du so Das ist geil Du hast mich echt verletzt Nicht mal ein Abschiedskuss Aus dem Bus Ein Abschiedskuss auf die Nuss Man kennt das So einfach im Büro Zum Abschied einfach ein Guss auf die Nuss Ein geprügelter Alter Sag nichts Sag nichts Du stehst mit Coch da Du stehst mit Coch da Ja wäre schlimm denn nicht Okay nein sie Bei ihr ist es dann komisch Okay das stimmt Ich hoffe du kommst Oder kackst du mich vielleicht an Kackst du mich an Wäre gut ich sag's nochmal Wer drauf steht Okay Jetzt versteht man wenigstens mal was Was der Wendler singt Oh das war's So prompt Ey das war aber cool Kurz aber geil Ich hoffe euch hat das Video so gefallen wie mir Und diesmal verabschiede ich mich auch mit damit Aus Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.